Gut. Und wir kommen jetzt zu Franz Grillparzer, eine kurze Biografie des Autors. Sie sehen hier links ein Bild von ihm, eine Lithographie nennen wir das, von Josef Krihuber aus dem Jahre 1841 gelebt. Und hat Grillparzer 1791 bis 1872, hatte jetzt dieses Jahr seinen 150. Todestag, ist also schon sehr lange tot, wenn man so möchte. Und in diesem Sinne hat der ORF, der österreichische Rundfunk, die Aussage geprägt oder das Zitat, wenn wir schon keinen Johann Wolfgang von Goethe haben, so bleibt uns immer noch der Grillparzer. Ja, also Grillparzer wird ein bisschen auch als eine Art Staatskünstler Österreichs betrachtet. Er repräsentiert auch ein bisschen diese österreichische einerseits Passivität, aber auch Wankelmütigkeit, wenn es um politische Identifizierungen geht und auf welcher Seite man sich jetzt einfindet. Ja, er repräsentiert vielleicht auch ein bisschen den gemütlichen Österreicher, der sich eben zu keiner Revolution auf der einen Seite oder dem Konservatismus 100 Prozent auf der anderen Seite bekennen möchte. Das liegt vielleicht ein bisschen auch an seinem Job, an seinem Beruf, hat man ja früher eher gesagt dazu. Und zwar war er nicht nur Autor, sondern auch Hofrat. Das heißt, er war eigentlich in der Verwaltung, hatte einen Beamtenposten, der ihn auch finanziert hat, neben seiner Autorenschaft, neben seinem literarischen, seinem dichterischen Werken. Dadurch hat er natürlich auf der einen Seite sehr viel Einsicht in die Materie genossen und auch wahrscheinlich als Insider beurteilen können, dass das System, so wie es funktioniert, gut funktioniert. Also zumindest nach seiner Ansicht. Allerdings auf der anderen Seite waren ihm auch die Hände gebunden, jetzt wirklich zum Beispiel politisch aktiv zu werden. Das war bei Anastasius Grün vielleicht auch insofern anders, als dass Anastasius Grün, der Graf von Auersberg, eben in Grein gelebt hat vor die meiste Zeit und dazwischen bei der Frankfurter Nationalversammlung in Deutschland. Deutschland war aber nie halt in diesem Zentrum Wien, wo Franz Kriel Barzer sehr wohl nicht nur als Autor, sondern eben auch als Beamte gearbeitet hat. Seine Werke gelten heute als für die österreichische oder das österreichische Nationalbewusstsein, als durchaus identitätsstiftend. Themen, die er behandelt, sind oft ambivalent, sind oft in einer Dichotomie, das heißt gegensätzlich, beziehungsweise sich widersprechend. Da ist zum einen Traumgewalt gegen Wirklichkeitsangst, also dass er sehr träumerisch schreibt und den Traum irgendwie in seinen Werken bevorzugt aufnimmt und dann gleichzeitig aber auch ein bisschen eine Angst vor der Wirklichkeit, die sich ja jetzt auch in den Texterfahrungen aus dem Jahre 1848 widerspiegelt. Genauso wie die andere Dichotomie, wie die andere Zweiteilung in Opposition und Konservatismus, also wir können auch sagen in Passivität und in, also als Konservatismus sozusagen und dieses proaktive Revolutionäre als die Opposition. Weil er litt sehr wohl unter Metternich, unter dem Staatskanzler und seiner Zensur, die natürlich auch ihn selbst im Schreiben hinderte. Es kamen auch sehr viele Publikationsverbote, wie wir das letzte Mal gelernt haben, die einzelne Autoren, aber auch natürlich die Autorenriege und die Dichterriege in Summe beeinträchtigt haben. Und er fürchtete die Revolution. Auf der anderen Seite hat er auch selbst aktiv nichts daran verändert und verändern wollen. Grillparzer gilt unter anderem auch als großes Vorbild für Franz Kafka. Man denkt da zum Beispiel an das Buch von Grillparzer, Der arme Spielmann. Das war für Kafka mitunter die Vorlage für den Hungerkünstler, wenn sie den Hungerkünstler schon einmal gelesen haben. Gut, und wir sehen uns jetzt kurz einmal ein Gedicht an von Franz Grillparzer. Franz Grillparzer war sowohl in der Epik als auch in der Lyrik und auch im Drama aktiv als Dichter in der Fremde. Ich lese Ihnen das kurz vor und Sie können gerne dazu Ihre Interpretationen abgeben. Schon bin ich müde zu reisen, wär's doch damit am Rand. Vor Hören und vor Sehen vergeht mir der Verstand. So willst du denn nach Hause, oh nein, nur nicht nach Haus. Dort stirbt des Lebens Leben im Einerlei mir aus. Wo also willst du weilen, wo findest du die Stadt? Oh Mensch, der nur zwei Fremden und keine Heimat hat. Genau, also diese Zweiteilung, das ist genau diese Ambivalenz auch in der Person von Grillparzer, die sich auch wieder in diesem Gedicht zeigt. Das heißt, er hat keinen hundertprozentigen Anschlusspunkt, weil Österreich ist ihm genauso fremd, wie es natürlich eigentlich auch Heimat ist und vice versa. Wir machen jetzt weiter und lassen noch einmal die Revolution von 1848, 49 Revue passieren. Im Winter von 1847 bis 1848 kam es in den deutschsprachigen Ländern zu einem Hungerwinter. Ich habe das, glaube ich, gestern auch schon kurz erwähnt. Darauf folgend gab es etliche Demonstrationen und Aufstände in Frankreich, genauso wie in Lombardo, Venezien, Deutschland, Österreich, Ungarn und Böhmen. In Lombardo, Venezien, Österreich, Ungarn und Böhmen sind quasi alles Teil von dieser Habsburger Monarchie. Und entsprechend auch kam es dann zu den liberalen nationalistischen Bestrebungen und Bewegungen. Am 13. März 1848 hat dann in Wien die Revolution mit dem Sturm auf das Ständehaus angefangen. Was Stände sind, haben wir uns letztes Mal angesehen. Das Ständehaus hat vor allem diesen Namen gehabt, weil es für Versammlungen und Tagungen der einzelnen Stände eben des Adels, Klerus und Bürgertums gedient hat. Und in dem Fall war es der Niederösterreichische Landtag, also die Vertretung von dem niederösterreichischen Bundesland in Wien, in der Herrengasse in Wien. Ich habe jetzt letztens mit einem Bekannten darüber gesprochen und offensichtlich gibt es diese Vertretung natürlich in anderer Form, gibt es immer noch ein Haus für das Land Niederösterreich, dort in der Herrengasse. Ja, das war der Versuch der Revolution, dort anzugreifen. Auch sehr stark natürlich von Studenten, Studierenden getragen das Ganze. Und der Erzherzog Albrecht hat dann den Schussbefehl gegeben und es sind einige, ich glaube um die 30, 35 Demonstranten erschossen worden an diesem Tag. Das hat natürlich dann zur Folge gehabt, dass, also einerseits wurde die Revolution niedergeschlagen, in Folge dessen, allerdings hat sich der Kaiser und überhaupt die Monarchie, die Krone auf einen Ausgleich mit dieser liberalen Bewegung einigen müssen, weil ansonsten halt eine noch viel größere Revolution ins Haus gestanden hätte. Und deswegen hat der Staatskanzler Metternich den Hut gezogen, ist sogar aus dem Land geflohen und eben besagter Kolowrat, Minister Kolowrat hat für kurze Zeiten die Geschicke des Landes übernommen. Danach ist auch, danach ist Herr Ferdinand I., der Kaiser, der damals regiert hat, eine Pressezensur aufgehoben, die bis dahin bestanden hatte, um auch hier die Meinungsfreiheit ein bisschen mehr zu gewährleisten. Es kam dann aber im Oktober des selben Jahres noch zu Aufständen, vor allem in Ungarn und zu Sezessionsversuchen. Sezession heißt nichts anderes, als dass sich eigentlich hier dieses Liberale, diese liberale Bewegung in Ungarn von Österreich lostrennen wollte. Aber auch diese Sezessionsversuche sind letztlich gescheitert. Aber der Kaiser, Kaiser Ferdinand I., ist zurückgetreten und sein Neffe Franz Josef, der letztlich auch der längste Kaiser und vorletzte Kaiser Österreichs sein sollte, hat das Ruder übernommen. Hier sehen wir die Ausschrift von Ferdinand I. zur Aufhebung der Zensur in Österreich. Wie Sie sehen, der erste Absatz, es ist ganz lustig, was hier alles so steht. Erzherzog von Österreich, Herzog von Lothringen, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krein, Ober- und Niederschlesien, Großfürst von Siebenbürgen, Marktgraf von Meeren, gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol und, und, und. Sie sehen, der erste Absatz sind nur seine Titel und danach fängt erst die Ausschrift an, in der er die Zensur aufhebt. Die ist fast dann genauso lang. Gut, so hat das auf jeden Fall ausgesehen, als die Pressezensur aufgehoben wurde. Wir haben letzte Woche, letzte Woche, wir haben gestern, noch kurz über das Altwiener Volkstheater gesprochen. Hier mache ich einen kurzen Rekurs, dass wir uns noch einmal daran zurückerinnern können. Das ist, wie gesagt, auch eine Theaterform, die im 18. Jahrhundert vor allem entstanden ist, die aber davor schon Vorläuferformen, Kunstformen hatte, vor allem den barocken Hans Wurst. Ja, der Höhepunkt war dann im Vormärz zwischen 1830 und 1845. Und Vertreter sind dahingehend vor allem Ferdinand Raimund, Johann Nepomuk von Nestreu. Gut, den Rest werde ich ein bisschen näher erläutern im Zuge unseres Rückblicks. Deswegen machen wir einen kurzen Sprung in den Barock zurück. Das ist jetzt schon sehr viel früher noch als das Altwiener Volkstheater und auch die Aufklärung. Der hat nämlich 1580 schon angefangen, ging dann bis 1720 und war vor allem einerseits gekennzeichnet durch den 30-jährigen Krieg. Den haben wir, glaube ich, den haben wir letzte Woche kurz besprochen. Der Religionskrieg, der in Deutschland, in Österreich auch stattgefunden hat, 30 Jahre dauerte. Und dieser Krieg hat natürlich sehr viele Tote und sehr viel Leid nach sich gezogen. Ein Drittel der deutschsprachigen Bevölkerung ist damals gestorben. Und der Tod ist als Thema in die Kunst und auch in die Literatur eingegangen. Da denken wir an so Zitate wie Memento Mori. Erinnere dich deiner Sterblichkeit, erinnere dich an den Tod und Carpe Diem, nütze den Tag. Das ist auch ganz wichtig, diese Anleihen von Tod und Sterben sind in der Wiener Literaturkultur auch bis zuletzt und bis heute eigentlich ein fixer Bestandteil. Der Barock in Österreich war vor allem auch die Entwicklungsperiode für das Stehgreiftheater. Das haben wir eben auch gestern kurz besprochen und da kam es eben auch zu Wanderbühnen und Wanderteatern, Wanderschaustellern, die dann von England und Italien nach Österreich gereist sind und ihre Bühnen aufgebaut haben. Und was Sie hier rechts sehen, das ist Josef Anton Stranitzki als Hans Wurst. Hans Wurst haben wir gestern auch kurz angesprochen, eben diese komische Figur, die zentral in einerseits diesen Wanderbühnen war, aber andererseits dann auch übernommen wurde ins Altwiener Volkstheater, was erst wirklich im 18. Jahrhundert Fuß gefasst hat in Österreich. Gut, eine weitere Unterform dieses Altwiener Volkstheaters ist die sogenannte Posse. Das ist eine literarische Gattung des Volkstheaters, die sehr lustig ist und die aufbaut auf Verwechslungen, auf ulkigen Zufällen, also lustigen Zufällen, die stattfinden innerhalb des Werkes und auch oft auf unwahrscheinliche Übertreibungen basiert. Also hier versucht man in dieser Art von Theaterstück zu übertreiben und eben nicht mehr zu real zu bleiben. Das Publikum soll hierbei zum Lachen gebracht werden und das ist sozusagen auch eine der Kunstformen, die bei Nestreu ganz stark zur Geltung kommen. Es ist sehr populär, die Posse, eben weil sie gut unterhält und sie wird als bürgerliches Gegenstück zur höfischen Komödie gesehen, die oft auch so tragik komisch ist und traurig, wenn man so möchte. Die Zensur brachte dann die Verschriftlichung von diesen Possen nach sich. Okay, gut. Kommen wir noch zu Johann Nepomuk Nestreu. Er wurde 1801 in Wien geboren, war ein österreichischer Dramatiker und Schauspieler, Opernsänger, ist mit Sicherheit eigentlich der bekannteste Vertreter des Altwiener Volkstheaters und auch ein sehr bekannter Kabarettist, vielleicht sogar ein Gründungsvater des österreichischen Kabarets, das sich auch aus dem Altwiener Volkstheater entwickelt hat. Unter Kabarett versteht man sowas ähnliches wie Stand-up-Comedy, was in Österreich auch eine sehr, sehr lange Tradition hat. Der literarische Höhepunkt des Altwiener Volkstheaters kam auch in der Periode des Vormärz. In Österreich hat sich das so gestaltet und vor allem auch unter Johann Nepomuk von Nestreu, dass die Dramen, also wir sprechen hier von Drama, also auch von Theater, Nestreu war Regisseur und hat seine Stücke auch selbst aufgeführt, die wurden dazu verwendet, implizit Kritik zu üben am bestehenden System. Das hat man so gemacht, dass man dadurch, dass es ja eine große Zensurpolitik gab gegenüber dem Theater, genauso wie gegenüber anderen Schriftwerken und Dichtern, dass man diese Drehbücher, wenn man so möchte, oder diese Theaterstücke vor Aufführung einreichen musste, dass die polizeilich gesichtet wurden und beschlossen wurde, ob man die aufführen darf oder nicht. Jetzt war Johann Nepomuk von Nestreu allerdings dafür bekannt, dass er sehr oft improvisiert hat. Man hat auch gesagt, extemporieren. Das heißt, er hat sich nicht an den Text gehalten, den er eingereicht hat polizeilich. Er hat dann einfach angefangen zu improvisieren und dabei hat er sich oft über soziale Missstände aufgeregt und die begrittelt. Deswegen hat er auch mitunter fünf Tage einmal ins Gefängnis müssen in Wien. Aber er war auf jeden Fall sehr beliebt. Er ist es auch bis heute noch und er gilt mitunter als einer der Großen des österreichischen Theaters. Ursprünglich kam Johann Nepomuk von Nestreu aus einer sehr bürgerlichen Familie, wollte eigentlich oder sollte eigentlich Anwalt werden, hat sich dann aber gegen diese Karriere entschieden. Es hat ihn zum Theater gezogen und er ist dann über mehrere Stationen, eben Amsterdam, Brünn, Lemberg, Bresburg, Graz in Wien gelandet.